In Phase im Spiel von Brandl, der hier aufschlägt. Fünfter Satz. Bavarian Race Cup. Wilhelmsdorf. 13. Februar. Ein Sonntag. Sie lässt sich sogar sehen, die Sonne. 2022. Und jetzt scheint es doch klar in Richtung Brandl zu gehen. 3 zu 8. 8 zu 4. Da war ein bisschen vorauszusehen. Da hat er sehr viel Spin reinbekommen, der Brandl. Das konnte der Gegner nicht richtig taxieren. Er hat den Ball aufgelegt. 5 zu 9. Da hat er das mal probiert. Sofort mit Topspin auf den Aufschlag zu gehen. Falsch eingeschätzt. Von dem nächsten Ballwechsel dann etwas zu passiv. Das war ja dann mal die vornlose Schaff. Aber jetzt vorteileigener Aufschlag. Und das war eigentlich sogar ein ganz großer Vorteil, weil der Ball wieder hochzukam. Aber das Abschießen ist da nicht zu seins. Und dann hat er seinen Vorsprung. Den komfortablen. Ich glaube 8 zu 4 war es. Verzockt. 9 Beide. Alles in Gottes Hand. Ich wollte gerade sagen, aber Vorteil beim Gegner. Weil er Aufschlag hat. Aber wenn der natürlich von lauter Nervosität einen Fehlaufschlag macht. Dann ist das 0. Vorteil bei dem zweiten Aufschlag. Weil der kam gut und den hat Brandl auch komplett falsch eingeschätzt. Jetzt. Jetzt. Rückschlagfehler. Und noch ein Fehlaufschlag. Ja, wenn man 8 für hinten ist und dann auf 9 Beide kommt und dann 2 Fehlaufschläge macht. So läuft gelegentlich mal Tischtennis. Immer auch eine mentale Geschichte.